Willkommen auf dem Die-Reparatur-Zeit-Kanal für Grillliebhaber. In diesem Video präsentieren wir dir eine Auswahl an Grills, die dir helfen wird, das perfekte Modell für deine Bedürfnisse zu finden. Wir haben jedes Produkt sorgfältig ausgewählt und werden dir die Vor- und Nachteile sowie die wichtigsten Merkmale und Eigenschaften vorstellen, damit du eine richtige Entscheidung treffen kannst. Falls dir ein Modell besonders gut gefällt, findest du den entsprechenden Link in der Videobeschreibung. Wenn du Fragen hast, zögere nicht, uns im Kommentarbereich zu schreiben. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Lehn dich zurück und genieße das Video. Als erstes schauen wir uns das Modell von Fennec an. Dieser Holzkohlegrill wurde für Camping und Tracking entwickelt. Kundenbewertungen zeigen, dass dieser Grill bei Outdoor-Enthusiasten sehr beliebt ist. Viele schätzen die Portabilität des Grills und seine Fähigkeit, in wenigen Minuten aufgebaut zu werden. Seine Langlebigkeit wird oft gelobt, da er aus hochwertigem Edelstahl gefertigt ist und somit den rauen Bedingungen im freien Stand hält. Einige Benutzer haben jedoch berichtet, dass dieses Modell relativ klein ist und möglicherweise nicht genügend Platz bietet, um für eine größere Gruppe zu kochen. Andere haben auch bemerkt, dass die Reinigung des Grills etwas zeitaufwendig sein kann. Insgesamt ist das ein zuverlässiger und tragbarer Grill, der perfekt für Outdoor-Aktivitäten geeignet ist. Mit seiner robusten Konstruktion und einfachen Bedienung ist er eine gute Wahl für alle, die ihre Mahlzeiten gerne im Freien genießen möchten. Zunächst werfen wir einen Blick auf den Weber Master Touch Holzkohlegrill. Der ist sehr hochwertig und ist für seine Langlebigkeit und vielseitigen Funktionen von den Nutzern geliebt. Viele loben die Größe von diesem Modell, das mit einem Durchmesser von 55,9 cm genügend Platz bietet, um für eine größere Gruppe zu kochen. Der Grill ist auch für seine Haltbarkeit bekannt, da er aus hochwertigen Materialien gefertigt ist und somit den rauen Bedingungen im freien Stand hält. Einige Kunden haben jedoch berichtet, dass der Aufbau des Grills etwas zeitaufwendig sein kann. Andere haben bemerkt, dass das Entfernen der Asche eine Herausforderung sein kann. Alles in allem ist das eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen zuverlässigen und vielseitigen Grill suchen. Ein weiteres Modell auf unserer Liste ist der Weber Performa Holzgrill. Kundenbewertungen zeigen, dass dieser Grill für seine Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und die vielen Funktionen, die er bietet, sehr geschätzt wird. Das integrierte Arbeitstischdesign ist für viele Nutzer ein großer Pluspunkt, da es zusätzlichen Platz für Vorbereitungen bietet. Das One-Touch-Reinigungssystem wird ebenfalls sehr geschätzt, da es Entfernen von Asche nach dem Grillen erleichtert. Der Grill verfügt auch über das Gourmet-Barbecue-System, das es Benutzern ermöglicht, verschiedene Zubehörteile fürs Vorbereiten von Steaks, Burgern oder Hähnchen zu verwenden. Insgesamt ist dieses Modell eine hervorragende Wahl für Leute, die nach einem hochwertigen, zuverlässigen und funktionsreichen Grill suchen, der auch optisch ansprechend ist. Der Chargriller Box Holzkohlegrill in Schwarz ist ein beliebtes Modell bei vielen Kunden, der durch seine hohe Qualität und Zuverlässigkeit überzeugt. Bewertungen zeigen, dass dieser Grill für seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und seine einfache Bedienung sehr geschätzt wird. Er verfügt auch über eine robuste Konstruktion und ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer garantieren. Viele Nutzer loben den Chargriller Box Holzkohlegrill für seine hervorragende Leistung und die gleichmäßige Wärmeverteilung. Einige bemerkten, dass der Grill eine gute Hitzeentwicklung hat und die Luftzufuhr einfach zu regulieren ist. Andere loben den Aschebehälter, der das Reinigen erleichtert. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der Grill eine lange Lebensdauer hat und gut gegen Rost geschützt ist. Weiter geht es mit dem Kamado Joe tragbarer Holzkohlegrill in Rot, der bei vielen sehr beliebt ist. Kundenbewertungen zeigen, dass dieses Modell für seine Zuverlässigkeit und die vielen Funktionen, die er bietet, sehr geschätzt wird. Das Design des Grills umfasst eine 13,5-Zoll-Grillfläche und einen gusseisernen Ständer, der den Grill stabil hält und eine einfache Portabilität ermöglicht. Der Hitzeabweiser ist ein weiteres Highlight, da er die Hitze im Inneren des Grills gleichmäßig verteilt und das Essen perfekt zubereitet. Der Aschenbecher ist auch ein großes Plus, da er das Entfernen von Asche nach dem Grillen erleichtert und eine einfache Reinigung ermöglicht. Viele Kunden loben auch die einfache Bedienung des Kamado Joe Grills und den einzigartigen Geschmack, der durch die Verwendung von Holzkohle und Holzchips entsteht. Als nächstes auf unserer Liste haben wir einen tragbaren Grill von Oklahoma Joe's. Kundenbewertungen zeigen, dass dieser Grill für seine Tragbarkeit, einfache Bedienung und hohe Qualität geschätzt wird. Die Grillfläche von diesem Modell ist groß genug, um eine Vielzahl von Speisen zu grillen. Der Grill ist auch tragbar, was ihn ideal für Ausflüge und Camping macht. Viele Kunden loben auch die einfache Bedienung von diesem Modell, da es schnell aufheizt und eine konstante Temperatur aufrechterhält. Der Holzkohlegrill ist einfach zu reinigen und verfügt über eine abnehmbare Ascheschale. Einige haben jedoch bemerkt, dass die Montage nicht so einfach ist, wie sie es erwartet hatten. Manche Teile des Grills sind schwer und unhandlich. Der Chargriller ist eine weitere großartige Option, die wir dir heute präsentieren möchten. Das ist ein kompakter und tragbarer Keramikgrill, der auf der traditionellen japanischen Kamado-Koch-Technologie basiert. Lobend hervorgehoben werden insbesondere die Portabilität und das robuste Design des Grills. Dieses Modell hat auch eine Lüftungsöffnung, die eine präzise Temperaturkontrolle ermöglicht. Kunden sind zudem von der gleichmäßigen Wärmeverteilung begeistert, die es dem Grill ermöglicht, das Essen perfekt zu garen. Das Modell eignet sich für verschiedene Kochmethoden wie Grillen, Braten, Backen und Räuchern. Insgesamt scheint dieser Holzkohlegrill eine gute Wahl für alle zu sein, die einen tragbaren Grill mit zuverlässiger Hitzeleistung suchen. In unserer Auswahl heute haben wir auch den Iron Master dabei. Der große Holzkohlegrill aus Gusseisen erfreut sich bei Kunden großer Beliebtheit. Das robuste Design und die Möglichkeit im Freien oder beim Camping zu grillen werden von vielen geschätzt. Nutzer loben auch die Temperaturkontrolle und die Anschlüsse zur Holzkohleversorgung, die das Grillen erleichtern. Dieses Modell bietet ausreichend Platz für eine große Gruppe von Menschen und hält die Hitze konstant, was die Zubereitung von verschiedenen Gerichten erleichtert. Obwohl der Grill eine gewisse Einweisung erfordern kann, um ihn optimal nutzen zu können, sind die meisten Kunden sehr zufrieden mit ihrem Kauf. Insgesamt scheint dieses Modell ein guter Kauf für alle zu sein, die einen zuverlässigen und robusten Grill suchen, um im Freien zu grillen oder beim Camping zu kochen. Schließlich werfen wir einen Blick auf den Edelstahlgrill von Tramontina. Das robuste Design und die Verarbeitung aus rostfreiem Edelstahl machen ihn zu einem zuverlässigen Grill, der viele Jahre hält. Geschätzt wird das Grillfassdesign, das ausreichend Platz bietet. Einige Kunden schwärmen von der Haltbarkeit des Geräts. Obwohl einige Benutzer bemerken, dass der Grill möglicherweise schwierig zu reinigen ist, sind die meisten sehr zufrieden mit ihrem Kauf. Alles in allem scheint dieses Modell eine großartige Wahl für alle zu sein, die einen langlebigen und robusten Grill suchen, der genügend Platz bietet, um eine große Gruppe von Menschen zu bewirten. Wir hoffen, dass unser Video dir bei der Kaufentscheidung geholfen hat. Wenn du weitere Fragen oder Anmerkungen hast, zögere bitte nicht, sie in den Kommentaren zu hinterlassen. Wir freuen uns, wenn du unser Video genossen hast und unseren Kanal abonnierst, um zukünftige informative Videos nicht zu verpassen. Weitere Informationen und Links zu den von uns vorgestellten Holzgrills findest du wie gewohnt in der Videobeschreibung. Wir bedanken uns für dein Interesse und hoffen, dass du bald wieder auf unserem Kanal die Reparaturzeit vorbeischaust.